Hallo meine YouTube-Abonnenten! Wir spielen heute ein neues Spiel. Ihr könnt's lesen. Landwirtschaftssimulator 2011. Juhu! Let's go! Wie geht das Licht an? Mein Traktor wird immer größer, aber ich bekomme kein Licht. Okay, jetzt bewegt er seine Kabine. Ähm... Okay, ein Menü. Ich will eigentlich nur den Motor starten. Ah, jetzt. Lumpet, Enter. Oh, lauter Motor. Wow, wo ist meine Kamera? Okay. Ja, ich kann sehen, wieso man dieses Spiel spielt. Äh... Ähm... Okay. Ich will nur meine Lenkung umschalten. Ah, jetzt. Okay. Okay, jetzt rausmanövrieren hier. Äh... Okay, ja. Das ist normal so. Okay, da fliegt ein Ding. Und los geht's zum Mähen. Mist! Ich will doch nicht meinen Garten mähen. Ich will doch die Wiese da vorne... Äh... Okay, dann... Äh... Funktioniert irgendwie nicht so ganz. Ah... Da gibt's so eine Funktion, die heißt Fahrzeuge zurücksetzen. Und die holt dann alles wieder zurück. Äh... Ja, genau. Lump it into. Hm. Ähm... Oh, auftranken. Okay. Okay. okay So, los geht's! Ich hab irgendwie Angst, ein Gaspedal zu trinken. Oh, die Wand hochfahren! Ja, 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 ja! Komm, wir fahren jetzt die Wand hoch! Yeah! Das ist Physik, meine Kinder! Das ist Physik! Geht doch wunderbar! Und jetzt wieder runter! Das Runterfahren dauert länger, als das Hochfahren. Ich glaub, irgendwie ist die Kiste verpackt. Äh, 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 okay! Okay! Äh, Jesus! Was zum... Äh, okay, wir stecken im Mist fest! Äh, ne, nicht schon wieder! Äh, äh, äh! Äh, äh! Äh, äh! Äh, äh! Oh, wir fallen gleich! Okay, das war die Skybox! Äh, Leute! 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 Wo sind wir? Jetzt mal aussteigen! Oh! Das ist also die Map! Okay! Äh, okay! Ohhhhhhh! Ohhhhhhh! Pffft! Äh, äh! Äh, irgendwie macht das schon Spaß, ja? Irgendwie macht das Spaß! Okay, jetzt macht es keinen Spaß mehr! Ich glaube, wir sind im Weltall! Ich glaube, wir fallen hier irgendwie runter! Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer für die Simulatorenbranche! So, Leute! Ich glaube, wir hatten genug Landwirtschaftssimulator 2011! Ähm, schaut auch nächstes Mal wieder vorbei! Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit! Hey, schaut mal! Da hat jemand einen Weihnachtsbaum aufgebaut! Okay, dann nicht!